In den Tweet, die Leute, die haben nichts besseres zu tun, die Journalisten, das ist krass. Oh, Champions League Walkout, Argentinien, RF, oh mein Gott, was ziehen wir hier? Oh mein Gott! Alter, was ist das denn für Packs am heutigen Tage, was hab ich denn? Alter! Das ist FIFA. FIFA 20. Meiner Meinung nach. Was macht er denn? Es ist so drei, neunze Minuten, es steht 14 zu 0. Hast du bestimmte Taktik? Also, ja, 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 doch, klar, hat man doch, oh mein Gott. Was hab ich denn mit dem gemacht? Oh mein Gott, Digga, was hab ich denn mit dem gemacht? Aua! Aua! Das will ich nochmal sehen. Au! Es ist okay, es ist wahrscheinlich sogar, es ist wahrscheinlich, wie will ich das jetzt formulieren? Es ist unwahrscheinlicher, den fünfmal zu bekommen, als einmal Ronaldo zu bekommen, wahrscheinlich. So eine Drecksscheiße, Mann, was? Ey! Das ist doch einfach nur ein Witz, Digga. Das ist einfach nur ein Witz. Oh, oh, oh. Das gibt es nicht. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich will auch nicht mehr. Ich... Oh, Mann! Mann! Ach, dieses Spiel ist... Gift! Einfach so Gift! So, so, so Gift! Spielt! Ja. Bra! Aaaaaah! Boah, ich drehe durch! Was waren das jetzt für 20 Sekunden? Boah, ich dachte schon, dass es da los ist. Ne, wir haben... Vorher Biera. Genau, dann verkauft und dann hat Dato wieder gekült. Ja. Bamm. Junge, bitte klippt das einer. Junge, wie kann man denn so arroganten Tor machen? Nein, ich wollte gerade ein wichtiger Treffer. Unlucky. Und jetzt kriegen wir das Gegentor im Zug, oder was? Jetzt kriegen wir den Gegentreffer im Zug. Das ist gescriptet! Das ist gescriptet! Und das Spiel verlier ich! Und das ist gescriptet! Jungs, ich... Kann nicht mehr. Prostpacks, Junge, komm! Prostpacks. Fährt durch. Eichen! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Junge! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du hast gar keinen Bock mehr, der. Oh shit, der. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Oh mein Gott! Eichen! Oh mein Gott! Das ist mir scheißegal! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Legends say, the ball is still flying. Viel Spaß. Alter, halt die Fresse, 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 man! Was? Ganz auf trocken, einfach mal in die Küche, man! Nicht dein Ernst, nicht dein Ernst, nicht dein Ernst, man! Das gute Monte, ich lauf irgendwo hin, Peck, man! Ernsthaft? Krass! Entweder, ich weiß nicht, ob die Manual machen oder die einfach rauszuholen. Oh, oh Gott! Oh! Gib ihm! Und jetzt die Chance! Die Riesen-Shot! Die melden an! Die melden an! Die müssen raus, die müssen ganz schnell verschwinden nach der Szene. Nie mehr Gäste, Liste oder VIP. Ab jetzt heißt Beef, du bekommst den Real-Life-Krieg. Guck dir Carmen an, uns zu dissen war ein Riesenfehler ab. Jetzt geht das mit der Geist, back up wie der Ziegenpeter. Das ist Rap, hier bin ich und mich hier geht ein Wind der Ruhe. Was? Digga, mehr Momentum geht gar nicht. Heilige Scheiße, so was hab ich in den Liedern, das ist schon wieder genug. Sagen wir einfach, du willst einen Brasilianer haben und einen Argentinien. Was? Was? Was kommt noch auf? Brasilian. MS! Oh! Pili! Pili bitte! Pili! 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 Ey, ich kotze dem Torwart in die Fresse. Pili! Pili! Bis zum nächsten Mal.